Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr einen Generic Lootfilter fürs Leveln machen könnt, beziehungsweise ein Template von mir anpassen könnt, damit ihr eine einfache Levelphase habt. Die Filterblade Lootfilter sind sehr, sehr, sehr gut. Allerdings fürs Leveln vermisse ich persönlich ein paar Sachen. Und wenn ihr einen Lootfilter habt, der zum Beispiel solche Sachen macht... Alteration Falling, green, 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 green. Dann ist das das richtige Video für euch. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Sounds ganz einfach aufnehmen könnt mit eurer eigenen Stimme, dann ist das hier die Seite to go und sie heißt einfach onlinevoicerecorder.com. Hier könnt ihr einfach auf den roten Knopf drücken, irgendwas reinsprechen, das nimmt das dann auf. Ihr könntet es hier speichern, ihr könnt es euch nochmal anhören. Und dann habt ihr diese File als Datei auf eurem PC. Was ihr genau damit machen müsst, zeige ich euch gleich. Beziehungsweise ich habe ja auch Sounds von mir aufgenommen, die sind auch für euch nutzbar. Allerdings, falls ihr keine Lust habt, meine Stimme zu hören, könnt ihr das ganz einfach hier selber machen. Oder halt irgendwelche anderen Aufnehmeprogramme, wenn ihr computeranimierte Stimmen haben wollt. Wenn diese Seite hier nicht wirklich funktioniert und eure Soundqualität schlecht ist, dann legt es meistens daran, dass ihr hier nicht euer Mikrofon ausgewählt habt. Macht sicher, dass ihr das habt und dann sollte das ohne Probleme gehen. Falls ihr aber dennoch meine Sounds benutzen wollt und meinen Lootfilter runterladen wollt als Template, das könnt ihr hier machen ganz einfach in meinem Discord im PoE Lootfilter Channel. Hier gibt es noch sehr viele andere nützlichen Channels, das heißt auf jeden Fall hier rauf gehen. Auf jeden Fall, wenn ihr das runterladen wollt, hier sind die Sachen hochgeladen. Das hier ist eine ZIP-Datei mit allen Sounds, die müsst ihr dort, wo auch der Lootfilter ist, in den Ordner reinkopieren. Und den Lootfilter könnt ihr hier auch runterladen. Und wie ihr den gleich auf Filterblade hochlädt, zeige ich euch jetzt. So, jetzt sind wir hier auf Filterblade und wie ihr hier rechts oben sehen könnt, habe ich den Generic Lootfilter schon geladen. Aber ich wollte euch ja erstmal zeigen, wie das geht. Wie gesagt, das hier ist eine offizielle Seite, die ist von Neverthink, einem Spieler, kreiert worden. So gut wie jeder PoE-Spieler benutzt diese Seite, also keine Sorge, das ist hier keine unvertrauenswürdige Seite etc. Das benutzt hier jeder, das würde ich wirklich keine Sorge machen. Auf jeden Fall könnt ihr hier Lootfilter erstellen, die euren Loot dann in-game anders aussehen lassen, Sounds erstellen etc. So, erstmal, wie ladet ihr den Lootfilter runter? Da müsst ihr hier auf Advanced geben. Wie gesagt, ich habe ja den Link bzw. die Datei in meinem Discord drin. Und dann geht ihr hier unten auf Loadfilter from Save File. Und in meinem Discord ladet ihr das Save File runter. Das heißt, ihr würdet das dann auswählen. Und dann steht hier unten kurz 10 Sekunden lang, dass er irgendwas reinlädt. Und wenn das dann gemacht ist, dann seht ihr hier oben Generic Lootfilter. In dem Fall, das ist halt der Name davon. Und wie viele Changes am originellen Lootfilter gemacht worden sind. Und wenn das hier oben steht, auch wenn die Changes anders sind, das könnte sein, dass ich über die Zeit den Lootfilter ein bisschen ändere. Wenn ihr das seht, dann hat das geladen. Und dann könnt ihr hier auf Customize gehen. Und dann würdet ihr hier zum Beispiel direkt sehen, okay, da sind 32 Changes gemacht worden usw. Wenn das der Fall ist, dann habt ihr den richtigen Lootfilter geladen. Da dies aber nicht nur ein geiles für den Generic Lootfilter, sondern auch für Leute, die einen Lootfilter selber machen wollen, ganz kurz einmal hier, bzw. Overview, sorry. Hier könnt ihr Presets runterladen. Das heißt, ihr könnt sagen, der Lootfilter soll eher als Preset für Softcore sein, für HC, für Stable oder für Roofless. Dann könnt ihr hier die Strictness auswählen. Das heißt, viel mehr Loot angezeigt, weniger Loot angezeigt, fast gar kein Loot angezeigt. Wie gesagt, könnt ihr hier einfach rüber sliden und damit die Base von eurem Lootfilter verändern. Was generell wichtig ist für die Art Lootfilter, die ich euch heute zeige, ist, ihr müsst Custom Sounds anklicken, wenn ihr eigene Sounds haben wollt. Das heißt, die Lootfilter haben auch Sounds drin, wie so Puff oder Ping oder keine Ahnung. Ich kann die Sounds halt nicht nachmachen, bin kein Beatboxer. Auf jeden Fall hat der Lootfilter Sounds drin. Wenn ihr aber eigene Sounds benutzen wollt, wie zum Beispiel einer, der euch sagt, okay, Alteration Orb, dann wisst ihr, dass da in Alteration Orb liegt, dann müsst ihr Custom Sounds anmachen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, das hier immer anklicken, wenn ihr eigene Sounds machen wollt, sehr, sehr wichtig. Und hier mit der Strictness, jetzt müsst ihr halt gucken, für was ihr sie braucht. So, gut. Dann gehen wir jetzt hier mal auf Customize. Und bevor ich euch jetzt darüber erzähle, was wir alles verändert haben, wollte ich einmal nur kurz drüber sprechen, warum ich diese Art von Lootfilter fürs Leveln mache und warum ich denke, dass diese Lootfilter besser sind, als die normalen Filterblade Lootfilter. Und zwar wirklich nur aufs Leveln. Alles abmappen, sind Filterblade Lootfilter komplett in Ordnung. Benutzt sie auf jeden Fall. Ich benutze sie selber auch. Fürs Leveln mache ich mir immer eigene Lootfilter, weil in den normalen Lootfilterblades sind erstmal Currency etc. sind nicht wirklich angesagt. Ja, also das heißt, wenn ein Portal Scroll droppt, dann hört ihr ein Ch. Und wenn ein Wisdom Scroll droppt, dann hört ihr ein Ch. Oder so. Also so sehr, sehr ähnliche Sounds, wo ihr man fast nicht unterscheiden könnt. Und es gibt sehr viele Builds in Part of Exile, die Offscreen Monster töten. Das bedeutet einfach nur, ihr tötet Monster, während die in mir schon weiterrennen und die fallen im Hintergrund irgendwo um, weil ihr eine Art von Dot Damage habt oder ein Skill, der weitergeht, wie auch immer. Und wenn da jetzt eine Wisdom Scroll runterfällt, dann würde ich da generell nicht zurückgehen. Ja, weil ich halt schon weiterrenne. Ich will ja schneller durch die Story kommen. Deswegen, dafür ist der Lootfilter ja da, um mir zu helfen, schneller weiter voranzukommen. Voranzukommen, schneller voranzukommen und besseren Loot zu looten, währenddem ich vorankomme. Und wenn ich dann einfach höre, okay, Portal Scroll, dafür würde ich zurückgehen, wenn ich nur zwei Portal Scrolls habe. Wenn ich vielleicht sogar in einer Gruppe spiele. Und wir wissen, okay, wir brauchen Portal Scrolls, um den jetzt zu irgendeiner Quest zu teleportieren. Aber wir haben fast keine Portal Scrolls mehr. Dann hebe ich die auf. Natürlich mit jeder Currency quasi unterschiedlich. Und es hilft mir einfach, bessere Entscheidungen zu machen, ob ich da jetzt wirklich zurückgehe oder nicht. Und ich weiß einfach schon vorher, was da liegt. Deswegen finde ich das persönlich sehr, sehr nützlich. Und dann das Zweite und viel Wichtigere ist die verlinkten Items. Erstmal der normale Filterblade. Passt die Items nicht auf euer Bild an. Das heißt, wenn da jetzt ein Vierling ist mit vier blauen, ihr braucht aber nicht mal einen blauen Sockel in eurem ganzen Skiltree, dann wird er trotzdem angezeigt. Dann wird er trotzdem mit dem Zaun angezeigt. Und ihr werdet da rumstehen. Ihr werdet da kurz drüber gucken. Da ist ja gar nichts. Und dann rennt ihr weiter. Wenn ihr das natürlich ausfiltern könnt. Und wenn euch sogar schon der Filter sagt, okay, das ist jetzt ein Vierling mit viermal grün. Ihr habt euren Vierling schon. Und auch erst vor kurzem gedruckt, dann müsst ihr nicht unbedingt da hingehen und gucken, okay, gut, will ich den jetzt aufheben oder nicht. Wobei das eher der Fall ist bei dann drei Links. Aber einfach nur als Beispiel. Ihr könnt bessere Entscheidungen treffen. Ihr könnt schnellere Entscheidungen treffen. Und ihr wisst immer, was abgeht. Deswegen benutze ich fürs Leveln immer solche Lootfilter, die euch Sachen ansagen. Und wo ich dann auch Farblis selber unterscheiden kann. Und mich halt besser darauf einstellen kann, dass ich die Items schneller finde. Und weniger Zeit mit Looten verschwende. Beziehungsweise auch ab und zu mal Items verpasse. Ab und zu sind Filterblades Lootfilter für die Levelphase auch einfach, dass verschiedene Sachen nicht wirklich unterschiedlich angezeigt werden. Und da liegt das zwar mal an drei Links, die ihr brauchen würdet. Es macht aber keinen Sound etc. Und ihr rennt einfach weiter. Und seid dadurch halt wesentlich schwächer, weil euch ein Support-Game mehr in eurem Setup fehlt. Gut. Das ist erstmal die Erklärung, warum ich diese Lootfilter besser finde. Und jetzt gehen wir auch aufs Eingemachte. Und zwar die ganzen Settings. Also erstmal. Es ist ein Lootfilter, der sehr generic sein soll. Deswegen habe ich persönlich nur die Currency geändert und die Links. Es gibt zum Beispiel aber auch SSF-Spieler, die wollen Chancing-Bases haben. Zum Beispiel wie eine Simple Rope kann immer eine Tabula Rasa werden. Oder eine Glorious Plate kann eine Chaos Heart werden. Die wollen die alle aufheben. Und ich werde euch am Ende des Videos auch zeigen, wie ihr die Sachen einstellen könnt. Allerdings habe ich die nicht in den Generic Lootfilter eingebaut, weil Trade League sind halt die meisten Spieler. Für die ist der Lootfilter auch generell gedacht. Wenn ihr Sachen ändern wollt, das müsst ihr dann im Nachhinein machen. So. Erstmal. General Currency. Habe ich nichts geändert. Braucht ihr auch nicht reinschauen. Ganz einfacher Grund. Es ist ein Level-Lootfilter. Und Campaign Specific General überschreibt die Settings. Hier kann man auch Currency auswählen. Und diese Currency überschreibt die General Currency Settings. Das heißt, hier drin braucht ihr nichts ändern. Die Items, die ich nicht verändere, zum Beispiel wie ein Diviner, etc., die droppen immer noch mit diesem Sound, den ihr alle schon kennt, wenn ihr POE schon einmal gestartet habt und Diviner gefunden habt. Die haben immer noch die ganz normalen Sounds. Allerdings bei General Currency brauche ich hier nichts umstellen. Was wir allerdings machen bei Campaign Specific, ist quasi erstmal machen wir jeden Orb in seine eigene Rubrik rein. Zum Beispiel Orb of Transmutation hat seine eigene Rubrik. Orb of Binding hat seine eigene. Gut, Armor Scraps, Black and Smith, Wetstone habe ich ein wenig selbe geklatscht, weil das nicht wirklich einen Unterschied macht für mich. Portal Scrolls haben ihre eigene. Wisdom Scrolls haben ihre eigene. Hier ist dieses Beispiel halt. Es traut eine Portal Scroll. Ich brauche welche. Ich gehe zurück. Dann will ich einen Sound haben, der mir sagt, Portal Scroll liegt da. Aber zum Beispiel, wenn eine Wisdom Scroll da liegt und die liegt jetzt weiter weg, klar hebe ich Wisdom Scrolls auf, aber ich habe gerade 30 in meiner Tasche, will ich nicht zurückgehen. Deswegen eine einzelne Rule. Dann können wir hier einen anderen Sound rein machen. Wie ihr diese Rules macht, ist ganz einfach. Ihr könnt hier runter scrollen und dann steht hier Add Rule. Da könnt ihr drauf drücken. Könnt ihr eine neue machen. Könnt ihr alles einstellen, so wie ich die Sachen hier eingestellt habe. Gut, brauchen wir jetzt hier nicht. Deswegen mache ich die einfach wieder weg. Könnt ihr adden und removeen, so wie ihr das wollt. Und wie gesagt, ich habe die ganzen Rules hier eingestellt. So, erstmal bei Orb of Binding habe ich hier einfach ein paar Settings gemacht, um euch die verschiedenen Sachen zu zeigen. Und zwar erstmal gibt es hier einmal eine Farbe für Text. Das ist das Schwarze hier. Dann Rot ist die Umrandung hier. Und Gelb ist quasi das Innerliche. Ja, das kann man einfach ändern, so wie man will. Können wir jetzt sagen, ist Grün, ist Gelb, ist Blau. Wie auch immer. Können wir immer alles ändern. Wir können auch hier noch ein bisschen den Farbton ändern. Wenn wir sagen, okay, Grün, aber leichteres Grün und so weiter. Könnt ihr alles machen, wie ihr das wollt. Dann können wir hier machen, dass die Icons hier am Item, beziehungsweise die Map-Icons, quasi angezeigt werden. Dann seht ihr, wenn ihr die Map öffnet, so ein Icon, dann seht ihr so ein Diamant. Soll das hier sein. Gut, ich weiß jetzt nicht, wo das ein Diamant ist, aber egal. Auf jeden Fall ist das dann so ein Diamantzeichen, das ihr dann auf der Map seht, wenn ihr das wollt. Hier kann man Beams einstellen. Und zwar quasi so ein Laser, der vom Himmel runter geht. Das seht ihr dann auch tatsächlich im Game. So ein Laser. Da könnt ihr machen, dass der quasi nur für eine kurze Zeit da ist, wenn das Item droppt oder permanent ist, wenn ihr das nicht anklickt. Und da kann man wirklich viele Sachen mitmachen. Dann haben wir hier Area Level At Most 67. Einfach weil 68 ist quasi Tier 1 Map. Das ist ja ein Level-Loot-Filter, der geht bis zu den Maps. Deswegen ab 67 gilt diese Rule nicht mehr. Das habe ich hier überall eingestellt. Und dann würden die General-Currency-Rules wieder greifen. Und dann könnt ihr einfach so weiterleveln, wenn ihr das wollt. Oder ihr ladet euch einen anderen Loot-Filter runter, von Filterblade ein anderes Trickness, wie auch immer. So, dann haben wir hier einmal als Beispiel, by the way, der Generic-Loot-Filter von mir, der kommt ganz ohne Sound-Einstellung. Das heißt, die Sounds müsst ihr alle einzeln einstellen. Ihr könnt ja auch alle Sounds von mir runterladen. Das ist quasi Sounds für jeden Orb, den es gibt in-game, für jedes verlinkte Item. Das könnt ihr alles einstellen. Und wie ihr das einstellt, ist quasi einfach hier einmal als Beispiel. Okay, dann können wir hier bei Sound Custom auswählen. Wir können auch ganz normale Sounds machen. Ich zeige euch das hier kurz. Ja, so, hier ist Sound. Können wir sagen, okay, wir wollen einen normalen Sound hier haben, wie zum Beispiel das oder das. Ja, können wir alles einstellen. Können auch sagen, gar keinen Sound. Und wir können halt eben auch sagen, Custom Sound. Und wie ihr das quasi umstellt, ist quasi hier könnt ihr einfach den Namen der Datei reinschreiben. Zum Beispiel hier ist ja jetzt Transmutation Orb. Und eine Sekunde, ich muss das kurz hier raussuchen. Hier sehen wir ja, hier ist die MP3, die ich gemacht habe vorhin auf der anderen Seite. Die habe ich selber aufgenommen und habe die Transmutation genannt. Das heißt, wenn hier Transmutation steht, müsst ihr das auch 1 zu 1 so reinschreiben. Wenn das S hier groß wäre, dann müsste man auf der Seite hier das S auch groß schreiben. Gut, ich habe halt nur den Anfangsbuchstaben groß geschrieben, deswegen machen wir das. Und dann sehen wir hier noch, das ist eine MP3-Datei. Alles, was wir auf der Seite machen, die ich euch gezeigt habe, sind alles MP3-Files. Es gibt noch andere Seiten, die machen dann WAV-Files. Das ist einfach nur eine andere Art von Datei, beziehungsweise eine Sound-Datei. Das müsst ihr immer eingeben. Das heißt, in dem Beispiel müssen wir Transmutation.mp3, weil es eine MP3-Datei ist. Das muss immer genau so reingeschrieben werden. Und wenn sich diese Datei dann auch genau so im Loot-Filter-Order befindet, als Sound-Datei, also MP3, dann wird dieser Sound abgespielt eingeben. Das heißt, wie ich sage, Transmutation auf. Und dann wisst ihr, okay, da liegt ein Transmutation auf, wenn er gerade drückt, wie ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe. Das könnt ihr hier bei allen Sachen einstellen. Wie gesagt, das hier ist immer jetzt das Gleiche. Wir gehen jetzt nicht über jeden einzelnen Ort drüber. Hier könnt ihr die Sound-Einstellung einfach ändern, die Farben, etc., alles, was ihr wollt. Das heißt, ihr müsst euch selber entscheiden, okay, ich will das hier anders angezeigt bekommen. Vielleicht sagt ihr euch auch einfach, aus welchem Grund auch immer ihr das sagen würdet. Einfach nur als Beispiel, ich will keine Chromatic Ops sehen. Dann könnt ihr hier einfach auf Disable drücken. Dann ist diese Rule für euch raus, ja. Ihr ladet natürlich den Loot-Filter neu runter, aber dann würdet ihr keine Chromatic Ops sehen. Zumindest nicht so. Die wären immer noch bei General Currency drin, ja, hier. Und dann würdet ihr die ganz normalen Loot-Filter-Sachen sehen. Und natürlich könnt ihr sie dort auch ändern. Dann haben wir hier noch für Stack Drops, und zwar für Portal Scrolls und Wisdom Scrolls, habe ich eingestellt, ab drei Stacks habe ich erstmal die Farben gleich gemacht. Wenn ihr sagen wollt, okay, weil es ja jetzt quasi Minimum drei Portal Scrolls sind, die da liegen, ist das vielleicht in eurer Priorität-Liste höher, dorthin zu rennen. Dann könnt ihr sagen, okay, ich will einen anderen Sound, ich will eine andere Farbe. Und dann wisst ihr, okay, da ist jetzt ein Stack gedraubt, also sehr viele Portal Scrolls auf einmal, und das ist ja immer noch nur ein Klick. Und ich will da auf jeden Fall hinrennen. Dann könnt ihr euch anderen Soundern machen, und ihr wisst, okay, da liegen jetzt mehrere, da gehen wir da hin. Ich habe das jetzt nicht für Alterations zum Beispiel gemacht, weil wenn da eine Alteration liegt, renne ich da hin in der Level-Phase. Wenn da zwei liegen, renne ich auch da hin. Wenn ihr das einstellen wollt, könnt ihr hier Add Rule machen, und dann könnt ihr hier dieses At least und At most kopieren, macht das einfach gleich. Und dann könnt ihr das quasi einstellen und für Alteration auch wieder eine neue Farbe machen. Items kann man einfach immer hier hinzufügen. Könnten wir sagen, hier machen wir jetzt ein Orb of Alteration rein. Hier auf Add, dann ist er hier drin, wir können ihn auch wieder löschen. So, dann haben wir, wie gesagt, das wohl Wichtigste für euch, die ganzen Links. Und zwar hier haben wir erstmal für vier Links die Sachen disabled, damit sie nicht überschreibt, für drei Links auch. Diese zwei Sachen interessieren euch wirklich nicht, könnt ihr einfach die Finger davon lassen. Wenn ihr euren eigenen Lootfilter machen wollt, dann würde ich die auch deaktivieren, damit nichts durcheinander kommt mit dem Lootfilter. Und dann geht ihr hier auf Custom-Linked-Item Rules. Warum sind wir hier in Custom-Linked-Item Rules? Ganz einfach, weil wir hier Rules ändern können. Das können wir bei den anderen nicht. Und hier habe ich erstmal, wie ihr schon seht, sehr, sehr viele Sachen eingestellt. Und ich gehe mal ganz kurz drüber, was wir hier alles haben. Das hier ist eine Rule, die zeigt euch einfach nur die Farmer. Das sind nicht unbedingt verlinkte Items. Ja, das heißt, grün, grün, rot ist hier jetzt zum Beispiel kein Drei-Link. Sondern es sind einfach nur Items, die zweimal grün und einmal rot haben. Die werden euch angezeigt. Deswegen habe ich diese Rule ganz einfach, um euch überhaupt erstmal zu ermöglichen, Items zu looten mit den richtigen Farben, damit ihr eure Games überhaupt erstmal sockeln könnt. Es gibt viele Games, wie zum Beispiel ein Holy Flame Totem. Und das kann man schon ein Link spielen. Und deswegen, wenn ihr jetzt einen roten Sockel frei habt auf der Meite, könnt ihr sagen, okay, ich ziehe das jetzt an am Anfang des Games. Und ich kann da Holy Flame Totem reinmachen. Und das kann erstmal als ein Link einfach als Totem dahingestellt werden. Supportet mich. Und ist erstmal relativ gut. Gut, das heißt, das hier sind eigentlich mehr so Early-Items, die ihr einfach erstmal tragen wollt, ja, für die ganzen Farben. Dann habe ich hier die ganzen drei Links gemacht. Einmal mit drei Rot, einmal mit drei Grün, drei Blau. Und die ganzen verschiedenen Sachen, zum Beispiel zweimal Rot, einmal Grün. Das hier sind immer alles verlinkte Items, ja. Deswegen steht hier unten auch Links equal to 3. Weil da müssen die drei Links sein. Und dann haben wir hier unten nochmal vier Links. Auch wieder die ganzen verschiedenen Farbkombinationen. Und halt eben eingestellt, dass sie Minimum vier Links sein sollen. Und Minimum bedeutet, dass auch fünf Links und sechs Links, die Minimum diese Farben haben, euch auch angezeigt werden. Das heißt, es kann natürlich dann viermal Rot und einmal Blau sein. Und ihr braucht es nicht als fünf Link. Es kann aber auch fünfmal Rot sein. In dem Fall. Auf jeden Fall werden die euch auch angezeigt. Und je nachdem erwischt man ja vielleicht was Gutes. Die Möglichkeit soll echt ja nicht weggenommen sein. Der Lootfilter würde zwar dann sagen, dass es ein Vier Link gedroppt ist. Mit viermal Rot. Aber wenn das eher eure Mainfarbe ist, rennt ihr ja eh dahin. Und dann seht ihr, okay, es ist doch ein Fünf Link. Und es ist vielleicht sogar besser. Die Sachen, auf die ihr achten müsst. Also erstmal, wenn ihr jetzt sagt, ich spiele Pathfinder. Irgendein normales Bild, was eigentlich nur grüne Sockel braucht. Und ihr braucht zum Beispiel so blaue Sockel und rote Sockel gar nicht. Könnt ihr einfach aus X drücken. Dann sind die weg. Dann würdet ihr die nicht mehr so speziell sehen. Ich setze einfach wieder hin. Das würdet ihr in dem Fall nicht machen. Auf jeden Fall könnt ihr die Sachen wegklicken. Wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, dreimal Rot als Dreilinken will ich gar nicht sehen. Dann könnt ihr ja einfach Disable machen, weil ihr halt grün nur braucht. Genauso wenig wie dreimal Blau in dem Fall. Könnt ihr einfach alles disablen. So wie ihr das braucht. Natürlich auch andersrum. Wenn ihr einen Chart spielt, der mit blauen Sockeln spielt, dann deaktiviert ihr das grüne. Das könnt ihr, wie gesagt, immer alles ein- und ausmachen. Ich würde euch auch dazu raten, die Sachen immer nur zu disablen und zu aktivieren, weil vielleicht wollt ihr den Lootfilter einfach nochmal nachher umbauen für eine andere Klasse. Und dann ist das schneller gemacht, wenn ihr die ganzen Regeln hier noch drin habt. So, das ist erstmal das Wichtigste. Und dann gibt es noch hier eine Sache, die heißt Class. Und hier könnt ihr auswählen, auf welche Items diese Regeln hier zutreffen. Das heißt, hier würdet ihr quasi jetzt erstmal nur Scepter und Wands sehen und die ganzen Armor-Sachen dazu. Body Armor, Boots, Gloves, Helmets und Shields. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Einhandschwert drummen würde, mit diesen Colors auch, würdet ihr es trotzdem nicht sehen, weil das hier nicht angeklickt ist. Das heißt, wenn ihr eine Klasse habt, die mit Wands und Sceptern spielt, dann wählt ihr diese aus. Wenn ihr eine Klasse habt, die mit ein Hand-Achsen spielt, mit zwei Hand-Achsen, je eventuell oder so, dann müsst ihr diese zwei auch anklicken. Das müsst ihr immer so machen, wie ihr das machen wollt. Wie gesagt, es ist ein Template für einen Generic Loot Filter. Allerdings, ich kann jetzt nicht sagen, okay, ich nehme jetzt alle Items rein, klar, dann hat jeder was davon. Aber am Endeffekt bringt euch das ja da nichts. Wenn ihr jedes Item seht, ist es ja genauso viel wert, als würdet ihr gar keinen sehen, weil, beziehungsweise, als würdet ihr, es ist nicht so gut, als würdet ihr nicht so viele Items sehen. Sorry, das soll ich sagen. Deswegen auf jeden Fall müsst ihr gucken, was ihr braucht. Das müsst ihr halt selber wissen, aber das weiß man ja meistens normalerweise auch. Und dann könnt ihr das einstellen. Auf jeden Fall einen Loot Filter machen für wirklich jede Klasse, damit jeder nur seine Sachen sieht. Das geht halt nicht, da ihr das immer ein bisschen anpassen müsst. Aber hier ist es quasi, wie ihr das machen könnt. Wie gesagt, das kann man hier überall dann machen. Und, jo, das wäre es eigentlich mit dem Generic Loot Filter. Das heißt, für alle, die eigentlich nur mein Loot Filter blind kopieren wollen, das bisschen umstellen wollen, das ist alles, was ihr wissen müsst. Beziehungsweise, was ich jetzt nicht eingestellt habe, glaube ich, ich muss mal kurz suchen, zum Beispiel bei Divination Cards habe ich zum Beispiel nicht eingestellt. Hier könnten wir jetzt auch sagen, add a rule, das hier, dieses New Tier New Unknown Cards niemals umstellen. Das macht, dass die Items, die neu ins Game gepasht werden, auch immer angezeigt werden. Deswegen die hier nie löschen. Immer eine neue erstellen. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, ich will den Blood Aquiduct auch Humility Karten Farben. Könnt ihr sagen, okay, Humility soll hier rein. Und dann können wir hier die Farben ändern, wie auch immer, wie auch immer ihr das machen wollt. Und sagen, okay, ein spezieller Sound, ich weiß nicht, das hier. Ja, dann ist dieser Sound immer wenn Humility Karten drum, dann könnt ihr sagen, ich weiß nicht, irgendwas, Nody in the Wind, ich weiß gar nicht, ob die Early drum kann. Die wollte ich auch so angezeigt bekommen, damit ihr so eine kleine Difference habt, was so angezeigt wird. Ja, könnt ihr alles einstellen. Ist viel mehr nützlich für SSF Spieler auch, also für die SSF Spieler. Aber falls ihr das farmen wollt, ich persönlich farme halt die Humility Karten für mich, in meinen Augen, in der Trade Liga, ist es Time Waste, weil ich auch einfach auf einer Map sein könnte und viel mehr Sachen loote, als die Humility Karten und die dann einfach verkaufe und mir die Humility Karten kaufe. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr das aber machen. Ihr müsstet das dann hier einmal kurz einstellen. Und dann könnte man halt sagen, als SSF Spieler wollt ihr Chainsink Bases haben und zwar wollt ihr zum Beispiel jede Glorious Plate sehen, weil die zu einer Chaos Heart gehen können. Dann könnt ihr sagen, okay, hier können wir wieder die Farben ändern, wie ihr das wollt, Sound ändern, Beam drauf machen, wie auch immer und dann könnt ihr hier Chainsops draufknallen. Das ist wieder was für eine Trade Liga. Eher unwahrscheinlich, dass einer jetzt die ganzen Glorious Paces aufheben geht und da Chainsops draufknallt, dann hat sich das Item zu erfahren. Gibt es natürlich. Und da soll auch jeder spielen, wie er will. Sehe ich aber jetzt zum Beispiel nicht als wirklich wichtig an. Besonders auch während der Level Phase nicht so sehr, wie gesagt, SSF-Spieler wollen das wahrscheinlich machen und dann könnt ihr das auch ändern. Allerdings will ich jetzt nicht 99,9% der Spielerbase, die diesen Nutfilter verwirren und die Items aufblinken lassen und sie wissen nicht mal, wozu die sind. Deswegen lasse ich das bei mir im Generic Filter aus. Wenn ihr das einstellen wollt, könnt ihr das machen. Genauso wie Unic Items, irgendeine andere Currency, wie jetzt Essenzen etc. anders anzeigen lassen. Könnt ihr alles einstellen. Wie gesagt, es gibt hier sau viele Rubriken. Das ist so das Basic Wissen, was man eigentlich braucht. Falls ihr mal euch einen Lootfilter macht und ihr habt irgendeine Frage und ihr wisst nicht, wie irgendwas geht, weil ihr Pflaster einstellen wollt, Rare Items, ich kann halt nicht über alles gehen. Allerdings ist alles ziemlich dasselbe. Falls ihr jedoch trotzdem Probleme habt, einfach im Stream vorbeischauen, ich bin immer hilfsbereit. außer wenn halt gerade Leakstart Tag ist und wir haben gerade erst angefangen, dann kann ich euch natürlich nicht spezifisch darauf antworten. Deswegen am besten die Sachen vorher fragen. Aber generell bin ich für euch da. Und ich denke mal, das war es jetzt auch mit dem Video geht jetzt mit Minimum 25-26 Minuten. Das ist lang genug. Euch quillt bestimmt schon der Kopf. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es bringt euch was. Ich werde auch in Zukunft die Sounds noch optimieren. Das ist jetzt nicht die beste Qualität. Ich werde wahrscheinlich mit anderen Programmen die Sounds aufnehmen, damit ihr nicht jeden Tag meine Stimme hören müsst. Ja, dass es ein bisschen angenehmer ist. Allerdings ist das jetzt erstmal die erste Version davon. und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Smerlo.